Du wusstest schon immer, dass deine Katze ein cooler Stubentiger ist. Aber wenn die Temperaturen sinken und der Winter Einzug hält, solltest du besonders auf deinen pelzigen Freund achten. Während wir Menschen uns mit warmen Decken, heißem Tee und dicken Pullis schützen können, ist deine Katze auf dich angewiesen, um warm und sicher durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Kaltes Wetter ist nicht nur unangenehm für Katzen, sondern kann sogar gefährlich sein. Aber wie kannst du erkennen, ob deine Katze friert? In diesem Video erfährst du, ab welcher Temperatur es kritisch wird, welche Anzeichen darauf hinweisen, dass deiner Katze kalt ist und welche Maßnahmen du ergreifen kannst, um sie warm zu halten. Wie kalt ist zu kalt für Katzen? Katzen stammen ursprünglich aus heißen, trockenen Regionen und haben diese Vorliebe bis heute beibehalten. Es mag Jahrtausende her sein, seit Katzen in Ägypten als heilige Tiere verehrt wurden, aber ihre Anpassung an warme Umgebungen hat sich kaum verändert. Kein Wunder also, dass der Mangel an Sonnenwärme und gemütlichen Temperaturen für sie genauso ärgerlich ist wie für uns. Katzen sind kleine Wärmejäger. Sie suchen sich immer den wärmsten Platz im Haus, sei es neben der Heizung, auf dem Aquarium oder mitten im größten Sonnenfleck. Vielleicht hast du sie auch schon dabei beobachtet, wie sie es sich auf deinem Laptop oder einer kuscheligen Decke bequem machen. Unterschiedliche Katzen, unterschiedliche Vorlieben Nicht alle Katzen sind gleich gut auf kalte Temperaturen vorbereitet. Rassen wie der haarlose Sphinx frieren viel schneller als robuste Maine Coons, die mit dickem Fell und sogar Haaren zwischen den Zehen ausgestattet sind. Diese helfen ihnen, auf Schnee zu laufen, während ihre buschigen Schwänze wie eine warme Decke dienen, wenn sie schlafen. Trotzdem bevorzugen die meisten Katzen Temperaturen, die deutlich höher sind als das, was wir Menschen als angenehm empfinden. Während wir uns bei Raumtemperaturen von etwa 20 Grad Celsius wohlfühlen, brauchen Katzen mindestens 30 Grad Celsius, um sich wirklich warm und gemütlich zu fühlen. Fünf Anzeichen dafür, dass deine Katze friert Wie erkennst du also, ob deine Katze friert? Hier sind die häufigsten Anzeichen. Zeichen 1 Die typische Schlafhaltung Wenn sich deine Katze eng zusammenrollt und wie eine kleine Kugel aussieht, ist das mehr als nur eine niedliche Schlafposition. Das Zusammenrollen minimiert die Körperfläche, die der kalten Luft ausgesetzt ist. Gleichzeitig schützt diese Haltung empfindliche Körperteile wie Gesicht, Ohren, Pfoten und Bauch. Je enger deine Katze sich zusammenrollt, desto besser hält sie ihre Körperwärme zurück und desto kleiner wird sie, sodass sie sich in winzige, warme Verstecke quetschen kann. Zeichen 2 Kalte Ohren und Pfoten Katzen verlieren viel Wärme über ihre Ohren und Pfoten. Wenn diese sich kühl oder sogar eisig anfühlen, ist das ein deutliches Warnsignal. Das bedeutet, dass der Rest ihres Körpers wahrscheinlich bald ebenfalls auskühlen wird. Zeichen 3 Plüschigeres Fell Viele Katzen entwickeln im Winter ein dickeres Fell. Aber auch unabhängig davon haben Katzen die Fähigkeit, ihr Fell aufzuplustern. Das hast du vielleicht schon gesehen, wenn sie sich bedroht fühlen und größer wirken wollen. Im Winter ist dieses Verhalten jedoch ein Versuch, sich selbst warm zu halten, indem sie eine isolierende Luftschicht zwischen ihrem Fell und ihrer Haut schaffen. Zeichen 4 Veränderung der Fellfarbe Ein weiteres faszinierendes Zeichen. Bei manchen Katzen wird das Fell im Winter dunkler. Dunkle Farben absorbieren mehr Wärme als helle, was ein natürlicher Schutzmechanismus gegen die Kälte ist. Besonders auffällig ist das bei sogenannten Pointed-Katzen, wie sie am Katzen, deren Gesichter, Ohren, Pfoten und Schwänze bei niedrigen Temperaturen dunkler werden. Zeichen 5 Mehr Kuschelbedarf Wenn deine Katze plötzlich besonders anhänglich ist, sucht sie wahrscheinlich deine Wärme. Sie legt sich auf deinen Schoß, kuschelt sich ins Bett oder kriecht sogar unter die Decke. Kaltes Wetter erhöht den Energiebedarf deiner Katze, da sie mehr Energie aufwenden muss, um ihre Körpertemperatur zu halten. Dadurch wird sie oft müder und auch kuscheliger. Und hier sind 5 Tipps, um deine Katze warm zu halten. Wenn du feststellst, dass deiner Katze kalt ist, kannst du einige Maßnahmen ergreifen, um ihr zu helfen. Tipp 1 Ein warmer Schlafplatz Stelle sicher, dass deine Katze einen gemütlichen Schlafplatz hat. Platziere das Katzenbett in der Nähe einer Wärmequelle, wie einem Heizkörper. Alternativ kannst du auch hochgelegene Schlafplätze anbieten, da sie vor kalten Luftzügen geschützt sind und Katzen diese ohnehin bevorzugen. Tipp 2 Warme Kleidung Für kurzhaarige oder haarlose Katzen kann ein spezieller Katzenmantel hilfreich sein. Während Kostüme süß aussehen, sind sie meist unpraktisch. Investiere stattdessen in speziell entwickelte Katzenkleidung, die warm und bequem ist. Tipp 3 Zusätzliche Wärmequellen Beheizbare Katzenbetten, Wärmedecken oder Heizkissen sind großartige Möglichkeiten, um deiner Katze zusätzliche Wärme zu bieten. Wenn du selbst eine Heizdecke benutzt, wird deine Katze diese wahrscheinlich ebenfalls lieben, solange du sie nicht unbeaufsichtigt lässt. Tipp 4 Bewegung Regelmäßige Bewegung hilft deiner Katze, ihre Körpertemperatur zu erhöhen. Spiele mit ihr, sei es mit einer Spielangel, einem Laserpointer oder anderen Spielsachen. Das bringt sie in Bewegung und sorgt gleichzeitig für Spaß. Tipp 5 Kuschelzeit Wenn du selbst nicht aus dem Bett kommen möchtest, kannst du deine Katze auch zu dir holen. Sie profitiert von deiner Körperwärme, während du gleichzeitig die besten Kuschelstunden genießt. Deine Katze wird quasi zu deiner persönlichen, flauschigen Wärmflasche. Die kalten Wintermonate bringen nicht nur für uns Menschen Herausforderungen mit sich, sondern auch für unsere Katzen. Es ist daher besonders wichtig, auf die Bedürfnisse deines pelzigen Freundes zu achten. Kleine Veränderungen im Verhalten, wie vermehrtes Kuscheln oder das Suchen nach warmen Plätzen, können Anzeichen dafür sein, dass deine Katze Unterstützung braucht, um sich wohlzufühlen. Mit ein paar einfachen Maßnahmen, wie einem gemütlichen Schlafplatz, wärmenden Decken oder mehr aktiven Spielphasen, kannst du sicherstellen, dass sie warm und glücklich bleibt. Auch das Anpassen ihrer Umgebung, zum Beispiel durch das Vermeiden von Zugluft oder das Platzieren ihres Bettes in der Nähe einer Wärmequelle, trägt dazu bei, dass dein Stubentiger den Winter gut übersteht. Diese Zeit bietet zudem eine großartige Gelegenheit, die Bindung zwischen dir und deiner Katze zu stärken. Kuscheleinheiten auf der Couch oder gemeinsame Spielstunden schaffen nicht nur Wärme, sondern auch Vertrauen und Nähe. Deine Fürsorge macht den Unterschied, deine Katze wird dir mit Schnurren und ihrer Zuneigung danken. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr Tipps und Tricks rund um das Leben mit Katzen erfahren möchtet, dann lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. So verpasst ihr keine neuen Inhalte und bleibt immer auf dem Laufenden, wie ihr das Zusammenleben mit eurer Katze noch harmonischer gestalten könnt. Danke, dass ihr heute zugeschaut habt. Wenn ihr Fragen habt oder eure eigenen Erfahrungen teilen möchtet, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich darauf, von euch zu hören und euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Bis dahin, bleibt katzenstark und bis zum nächsten Video. Schau dir unbedingt diese unglaublichen Videos an, sie werden dich faszinieren.